So, da bin ich mal mit einer ganz schlechten Info, nämlich wir haben folgendes Problem. Zerstöre Gebäude mit einem leichten Maschinengewehr ist derzeit halt ganz simpel einfach nicht machbar, weil wir das leichte Maschinengewehr derzeit stand jetzt nicht im Spiel haben. Das bedeutet, wir können halt natürlich auch die Aufgabe nicht machen. Ich habe auch schon gedacht, dass irgendwo an dem Battle Bus die Kanone oder hinten das Maschinengewehr, aber das ist alles nicht damit gemeint. Ich habe jetzt auch ein bisschen rumprobiert, habe rumgeguckt, es hat auch keiner bis jetzt eine Lösung dazu hochgeladen. Also wir müssen uns da wohl ein wenig gedulden. Natürlich, sobald die Aufgabe verfügbar ist, werde ich das euch natürlich auch bekannt geben. Aber wie gesagt, wenn ihr irgendwie schon eine Lösung habt, natürlich, aber ich denke mal habt ihr auch nicht, sonst wärt ihr ja wahrscheinlich nicht hier bei dem Video. Das Problem ist halt einfach, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr eine Lösung habt. Nicht ob, ja vielleicht, sondern wenn nur, ob es wirklich funktioniert. Weil das hilft natürlich allen, wenn ich eine Lösung bekomme, die auch funktioniert, pinne ich das Ganze natürlich auch hier im Video an. Also in dem Sinne würde ich sagen, einfach ein bisschen Geduld haben. Ich setze mich mal weiter in die nächste Aufgabe. Und in dem Sinne, vergesst natürlich gerne nicht ein Like da zu lassen, ein Abo da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe und haut rein. An desires Lore. Ja, das bin branchiert zum Wasser.